Die Perspektive spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir stehen für Kompetenz und Zuverlässigkeit und das seit 1945. Diese Besonderheiten sind Basis für unseren Erfolg und beginnen bei unseren Mitarbeitern. Und das spürt man auch bei unseren Produkten, wie zum Beispiel unseren Schnellwächsern. Sicher und zuverlässig verbinden sie Löffel mit Bagger und unsere Kunden mit Winkelbauer. Verbunden sind wir dank der Grillpool-Challenge nun auch mit RIGIPS Österreich. Für uns sind unsere Kunden und unsere Mitarbeiter das Wichtigste. Daher verzichten wir auch auf die Grillpool-Challenge, weil wir unsere Verlässlichkeit zeigen wollen. Erstens können sich unsere Kunden in der Hochsaison auf uns verlassen. Wir schauen, dass wir vorrechte Liefertermine haben und dass wir nicht relaxed am Pool liegen. Zweitens kann sich auch unsere Region auf uns verlassen und statt den Kosten, die wir für eine groß angelegte Grillpool-Challenge gebraucht hätten, möchten wir 1.500 Euro an das Palliativ-Team Hartberg-Weiz-Vorau spenden. Und drittens können sich auch meine Mitarbeiter auf mich und auf uns verlassen. Und daher wollen wir nach den harten Monaten mit sehr sehr viel Arbeit auch eine kleine Grillerei machen und uns für diesen Einsatz bedanken. Mahlzeit!